Die FUXTEC SF210. Dieses Modell zeichnet sich durch eine ideale Balance von Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus, die sie für eine breite Palette von Schneeräumungsbedingungen geeignet macht. Angetrieben von einem robusten 7,5 PS Motor, der eine Leistung von 5,5 Kilowatt erbringt, ist sie in der Lage, selbst mit hartem und verfestigtem Schnee effizient umzugehen. Das Tankvolumen von 3,6 Litern unterstützt längere Einsatzzeiten ohne die Notwendigkeit häufigen Nachtankens, was sie besonders praktisch für mittlere bis längere Räumungsarbeiten macht. Besonders hervorzuheben ist die Benutzerfreundlichkeit der FUXTECS Schneefräse. Die Bedienelemente sind intuitiv gestaltet und ermöglichen eine einfache Steuerung der Geschwindigkeit und der Richtung. Ergonomisch geformte Griffe bieten einen komfortablen und sicheren Halt, wodurch die Ermüdung des Benutzers während der Arbeit minimiert wird. Dies trägt wesentlich zur Effizienz des Geräts bei, da Nutzer mühelos und präzise manövrieren können. Die Konstruktion ist trotz ihrer kompakten Größe robust und langlebig. Gefertigt aus hochwertigen Materialien hält sie den Herausforderungen der Schneeräumung stand und gewährleistet Zuverlässigkeit über viele Winter hinweg. Diese Eigenschaften machen die FUXTECS zu einer hervorragenden Wahl für Anwender, die eine effiziente, leicht zu handhabende und zuverlässige Schneefräse für vielfältige Schneeräumungsaufgaben suchen. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an. gegenseitig einsteiger und schau dir gerne noches.